Kannst du da sagen, warum du uns das fragst? Das musst du die Verena fragen, nicht uns. Heißt die Verena gerade noch? Es gibt so viele Kartenstellungen. Die, die, oh Gott! Achso, das ist auch sehr schön. Ich bin auch in die Kartenstellung. Ich bin auch in die Kartenstellung. Geht doch schnell ran mit der Kamera, schnell ran, ran, ran. Oh mein Gott! Dieses Geräusch! Das ist die Kartenstellung, man muss die Bälle festhalten. Das ist die Kartenstellung. Das passt ja. Also, okay. So, weiter und weiter.